Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, wie öffnen wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht. Und in der Folge 1 geht es um die qualitative Erfahrung, die unauslotbar tief ist. Der schwedische Literaturnobelpreisträger Harry Martinson schreibt, Wirf einen Strahl Sonne des 20. Dezembers aufs Papier, lass ihn den gelben Bleistift entlangleuchten und erzählen, wie die Sonne in den Verschnaufpausen zwischen Schneewirbeln hervorbrach. In einem solchen Augenblick haften weder Stimmungen noch Erinnerungen an der Sonne. Nein, sie kommt als ein Nu, als ein unvorhergesehener Einbruch. Die Sonne war so heftig hervorgebrochen, so überraschend, dass es für nichts anderes Platz gab, als für das Lichterlebnis und Feuererlebnis darin. Ein solcher Augenblick kann nicht gemessen werden. Er schließt in sich nichts, er entzieht sich jeder Bedeutung und doch schließt er in sich alle Zeiten. Wir können das Licht und unser Sehen erfahren als etwas Deutliches, Qualitatives. Es bricht herein, der Nu, der Augenblick. Die Erfahrung ist deutlich, doch sie bedeutet nichts. Ein zweites Beispiel von Martinsons Naturbeschreibung. In einem nächtlichen, dunklen Wald hören wir das Rauschen der Bäume und das Gluckern eines kleinen Bachs. Der Laut von der kleinen Wasserschleife hebt sich aus dem Rauschen des Fichtendickichts mit einem gluckernden Ton, der nicht aufhört, nur seine gluckernde Melodie wieder aufgreift und sie wird dabei nicht monoton. Wer könnte die Erinnerung an die verschiedenartigen, ständig wechselnden Tonbewegungen eines Bachs am Boden entlang in Töne setzen, komponieren. Niemand. Sie folgen ihrem tiefen Pfad und singen von Anfang bis Ende mit einer solchen Ansammlung kleiner silberklarer Wasserkehlen, dass man jahrelang mit halbschmerzerfülltem Erstaunen daran entlangstreifen könnte. Die Seele lebt wie eine Wasserlaus von den Gaben unendlichen Blutens. Das sind weder Blumensprache noch sind es Gebete. Die Seele kann lediglich vom nutzlosen Leben, der Körper nur vom nützlichen und beides ist gleich wichtig. Wir können die Töne und unser Hören auf einer sehr tiefen Ebene erfahren als etwas Wichtiges, das aber keine klare Bedeutung und keinen Nutzen hat. Es entzieht sich der Bedeutung. Der Kern unseres qualitativen Erfahrens bleibt geheimnisvoll. Was soll das bedeuten? Einige Klärungen. Wir könnten fragen, aber liegt die Bedeutung unserer Erfahrungen, zum Beispiel Licht und Ton, nicht einfach in der Freude, also das ist was Erholsames, oder auch im Stören, ah, das ist zu hell oder zu laut. Ja, aber jenseits dieser individuellen Bedeutungen öffnet uns unser Sehen und Hören eine Tür zur Gesamtunverständlichkeit des Lebens und der Welt. Und diese kann uns erscheinen wie eine ferne und fremde Heimat. Martinson schreibt, der Augenblick des Lichts schließt in sich nichts, also ist bedeutungsleer und schließt dennoch in sich alle Zeiten. Die Seele kann lediglich von diesem nutzlosen oder von diesem qualitativen Erfahren leben, ohne Bedeutungen auseinanderhalten zu können. Jetzt könnte man aber auch einwenden, aber liegt die Bedeutung unserer Erfahrungen nicht in der Anzeige von Sachverhalten? Die Sonne ist hell, obwohl es der 20.12. ist, der Bach, der Wald, die ganze Natur ist das Ergebnis, der Jahrmillionen der Evolution. Ja, aber diese Bedeutungen des Verstandes kommen lediglich noch hinzu. Sie lösen das Geheimnisvolle des qualitativen Erfahrens nicht auf. Eine dritte mögliche Einwendung könnte lauten, aber ist mit dem Geheimnisvollen dann nicht einfach eine Art Wunder gemeint? Geht es also vielleicht um religiöse Welterfahrung? Ist das sinnliche, qualitative, irgendwie die Sprache des Göttlichen? Und die Bedeutung ist dann, dass Gott uns sagen will, x, y, z. Natürlich steht es uns frei, uns im Rahmen eines Weltbilds irgendeinen Reim auf unsere qualitativen Erfahrungen zu machen, auf ihre Unauslotbarkeit. Aber dabei kolonisieren wir unser qualitatives Erfahren durch die Sprache und durch die Vorstellungen eines Weltbildes, eines Big Pictures. Bedeutungen schließen sich dann zu einem Ganzen und können dabei eventuell gerade das Unauslotbare und Unverständliche ausschließen. Weisheit, das ist jetzt der entscheidende Schritt 3, kann uns öffnen für das, was sich jeder Bedeutung entzieht. Weisheit ist eine Alternative zum Verstehen. Es geht nicht um Bedeutungen in der Weisheit. Weisheit ist jene Tradition, die uns helfen kann, die Grenzen unseres Wissens zu akzeptieren, ja sie sogar zu begrüßen. Öffnen wir uns in der Tradition der Weisheit für die Gesamtunverständlichkeit des Lebens und der Welt, dann kann uns unser ständiges Sprechen und unser meinungsfreudiges Erklären irgendwann vorkommen wie eine Art You-Mans-Planning. Alles durch Modelle und Konstrukte und Weltbilder zu beherrschen, das scheint uns Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Doch vielleicht wird gerade beim Erklären und Verstehen auch etwas Entscheidendes verdeckt. Das Empfinden kann uns mitunter nämlich als wichtiger erscheinen als das Verstehen und das Erklären. Zur Take-Home-Message. Nennen wir die Weisheit einfach Sophia, dann kann sie uns persönliche Ratschläge geben. Versucht mal, eure sinnlichen Erfahrungen nicht immer gleich zu verstehen. Sagt zu eurem Wunsch, alles zu erklären, auch einmal Stopp. Achtet darauf, welche andere, nämlich sinnliche Nähe zur Welt, sich dabei ergeben kann. Wenn das Verstehen und Erklären einmal aussetzt, verunsichert das und die Welt wird fremd. Doch mitunter kann uns gerade diese Fremdheit fast heimatlich vorkommen, so als sei uns auf einer tieferen Ebene das Unverständliche näher als alles bedeuten. Wie öffnen wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht? Eine erste Folge behandelte die qualitative Erfahrung und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.